Salut, c'est Elsa! Le thème de notre vidéo aujourd'hui Les Wœux et les Félicitations In diesem Video fährst du lernen, wie man auf Französisch Wünsche und Glückwünsche ausspricht. Meistens, wenn es um Feste geht, benutzt man das Adjektiv joyeux, fröhlich. Zum Beispiel Joyeux Anniversaire heißt Alles Gute zum Geburtstag. Joyeux Noël heißt Fröhliche Weihnachten. Amen. Amen.